Wir lesen gerne Bücher und viele von uns haben wahrscheinlich auch einen eigenen Lesekreis. Und manchmal sind die Diskussionen wirklich spannend, manchmal aber gehen sie über die eigene Leseerfahrung nicht wirklich hinaus. Und wenn du die nächste Diskussionsrunde beleben möchtest und vielleicht hier oder da mal nach Inspiration suchst, was man denn noch so über Romane sagen könnte und welche Reihenfolge, dann ist diese Reihe genau für dich. Mein Name ist Bojana und herzlich willkommen zu Literaturwelten. Für das heutige Video habe ich für euch zwei Ausschnitte aus zwei Sendungen ausgesucht und diese analysiert. In beiden Sendungen, das ist einmal das literarische Quartett und einmal lesenswert Quartett, habe ich mich für denselben Roman entschieden. Beide Sendungen haben Dunkelblum von Eva Menasse besprochen. Und das möchte ich mit euch heute so grob durchgehen, damit ihr vielleicht so eine Inspiration bekommt, wie ihr über den nächsten Roman, den ihr in eurem Leserkreis lest, diskutieren könnt. Zuerst werde ich kurz auf das literarische Quartett von dem 27. August 2021 eingehen. Und da wird zunächst die Autorin kurz vorgestellt und wird gesagt, so was sie bisher so geschrieben hat. Dann haben wir eine Einordnung des Romans in die Geschichte. Es wird gesagt, dass es Vergangenheitsroman, es wird gesagt, dass es ein Anti-Heimatroman sei. Also es wird versucht, den Roman irgendwie einzuordnen. Dann geht man auf, genauer auf den Plot, auf die Geschichte ein. Im nächsten Schritt geht die Diskussion näher auf die Sprache ein. Diese Sprache wird dann ein bisschen analysiert. Es wird gesagt, dass es dann verschiedene Dialekte gibt, dass es Vielstimmigkeit gibt. Und doch sprechen irgendwie alle Dorfbewohner irgendwie einer Sprache, indem sie Sachen verschweigen. Also es geht um ein Massaker, das in diesem Dorf passierte, vor vielen Jahren passierte und alle schweigen darüber. Als Nächste werden dann die Figuren aufgelistet und kurz besprochen. Also wen haben wir da und so weiter. Und hier kann man auch schon unterscheiden zwischen Hauptfiguren und Nebenfiguren. Das heißt, wenn du an deinen Roman denkst, kannst du dann überlegen, welche Figuren haben wir, in welchen Beziehungen stehen sie zueinander, was bringen sie in die Geschichte mit ein, welche Rolle spielen sie in der Geschichte, beziehungsweise welche Aufgabe haben sie zu erfüllen. Im nächsten Schritt wird auf die Handlung eingegangen und da stellt Ijeoma Mangold fest, dass es eigentlich eine sehr unoriginelle Geschichte gibt in diesem Roman, weil wir wieder mal Nazi-Verbrecher haben, die verschwiegen werden und nicht erzählt werden. Und dann erst die danach kommende Generation versucht, jetzt die Sache zu klären und sie können nicht so richtig in die Handlung dann eindringen. Im nächsten Abschnitt der Diskussion wird dann gefragt, wer ist denn eigentlich Erzähler? Denn wir haben hier einen auktorialen Erzähler und diese Erzählform, das ist ein Erzähler, der alles weiß, also kann in jede Figur rein, alles weiß, alles gesehen hat und so weiter, dass diese Erzählform eigentlich heutzutage ein bisschen überholt wurde, also nicht mehr so oft eingesetzt wird. Und hier wird eigentlich so gefragt, wer erzählt uns die Geschichte und vielleicht warum oder wie erzählt man uns die Geschichte? Und im nächsten Punkt wird eigentlich auf den Inhalt eingegangen und da wird festgestellt, dass Eva Menasse einen anderen Umgang mit dieser Geschichte hat, dass sie den erhobenen Finger nicht hat. Und das wird sehr gelobt, also ein frischer Blick, der überrascht und anders die Geschichte bearbeitet. Und das wird darauf zurückgeführt, dass hier der Abstand zu dem Zweiten Weltkrieg schon viel, viel größer ist und auch weniger emotionaler. Das heißt, bei anderen Romanen, die man zu diesem Thema hatte, schon vor vielen Jahren, da lebten vielleicht zum Teil noch die Beteiligten oder man hatte noch einen direkten Zugang, direkte Erfahrungen, die man mit dem Zweiten Weltkrieg gemacht hatte. Diese Zeit ist aber, die Zeit läuft immer weiter und es verstreicht immer mehr Zeit zwischen den Ereignissen und dem Heute. Und aus diesem Grund ist der emotionale Umgang auch anders. Am Ende wird noch gesagt, dass es hier in diesem Roman um die historische Wahrheit geht. Und die historische Wahrheit ist eigentlich sehr schwer zu beschreiben, denn was ist eigentlich so die Wahrheit und wessen Wahrheit wird denn erzählt? Und mit dieser Frage wird die Diskussion beendet und man befasst sich dann mit dem nächsten Roman. Und wir befassen uns mit den nächsten Diskussionen. Das ist Lesenswerk Fathet vom 17. Oktober 2021. Und diese Diskussion läuft etwas anders. Es wird am Anfang auch kurz eingegangen auf das Setting des Romans. Dann wird aber das Thema nicht direkt so gesagt, worum es geht, sondern man geht direkt auf die Meta-Ebene und wird gesagt, dass dieser Roman eigentlich, es geht nicht um diesen Massaker, das da passierte, sondern um das Schweigen über die Ereignisse von damals. Also man erhebt den Roman eigentlich auf die nächste Stufe der Bedeutung. Und dann wird aber relativ schnell darauf eingegangen, dass wir hier eine sehr spannende Verbindung zwischen Schweigen und der Sprache haben. Und das wird erst mal gelobt. Und dann wird noch gelobt, dass man hier einen anderen Umgang mit dem Thema hat. Und zwar hat man früher immer wieder gelesen, dass die spätere Generation einfach auf dem Dachboden eine verschlossene Kiste oder eine Truhe gefunden hat. Und dann hat man angefangen, darin zu wusseln und zu suchen und entdeckt die Spuren der verschwiegenen Vergangenheit. Hier geht die Autorin nämlich ein bisschen anders mit dem Thema um. Und wie, das könnt ihr gerne nachlesen. Ein Thema, das auch dann angesprochen wird, allerdings ganz kurz, dass Eva Menasse auch mit dem Humor arbeitet. Was in erster Linie vielleicht nicht so passen würde, weil man erwartet, dass ein Thema Zweiter Weltkrieg und so weiter sehr ernsthaft bearbeitet werden muss. Allerdings ist Humor eine der Elemente, die heute in den Romanen erwartet werden. Daher hat sich hier Eva Menasse mal an die Erwartungen des Publikums angepasst. Und im nächsten Punkt geht man dann auf die Figuren ein. Allerdings nicht auf die Hauptfiguren oder Nebenfiguren, sondern auf die Figuren, die irgendwie durch das Raster fallen, die dann abweichen. Und das ist in diesem Falle die Reporterin Marte oder Reporterin Marte, die mit ihrer Kamera durch das Dorf geht und Sachen fotografiert. Also diese Figur weicht einfach von den anderen Figuren ab. Und man konzentriert sich in dieser Diskussion nicht darauf, was es dort gibt, sondern auf die Brechung unter den Figuren. Und als letztes wird angesprochen, wie eine kollektive Erinnerung entsteht. Und dass es eigentlich in diesem Roman um sowas geht, wie ein Versuch zu zeigen, wie eine kollektive Erinnerung geschaffen wird. Und ich hoffe, dass diese Folge euch vielleicht ein bisschen inspiriert hatte. Und ihr habt neue Ideen bekommen, wie man das nächste Mal über Bücher reden kann. Und zwar auf jeden Fall Versuch, die Romane in den historischen Kontext einzuordnen. Das heißt, was habe ich denn gelesen? Was kenne ich? Was ähnlich ist? In welcher Zeit fällt dieser Roman? In welcher Zeit erzählt der Roman? Und worum geht es thematisch? So, dass man irgendwie eine Linie vielleicht erstellen könnte. Und dann schauen könnte, wie dieser Roman in diese Linie passt oder eben nicht reinpasst. Dann wurde auch in beiden Diskussionen auf die Figuren eingegangen. Allerdings wurde in dem ersten Gespräch allgemein auf die Figuren. Und im zweiten Gespräch hat man dann vorrangig die abweichende Figur thematisiert. Das, was man auch so ansprechen könnte, ist, wann der Roman eigentlich entstanden wurde. Das heißt, wie sieht die emotionale Distanz zu dem Thema aus? Und zwar die Distanz der Leser, die Distanz der Schreibenden, aber auch die Distanz der Figuren. Welche Zeit wird denn erzählt? Das sind auch Sachen, die beeinflussen, wie man ein Thema bearbeitet. Und vielleicht so viel für heute. In den nächsten Folgen werden wir uns dann noch weiter genauer darüber unterhalten, welche Themen man noch ansprechen kann, worüber man sich auch noch Gedanken machen kann, wenn man für sich einen Roman analysiert und sich auf eine Diskussion vorbereitet. Und ich wünsche euch erstmal gute Lektüre, wie immer. Und eine spannende Diskussion in eurem Literaturkreis oder auch mit euren Gästen. Und ich werde mich natürlich über eure Kommentare und Likes sehr freuen. Sagt bitte YouTube Bescheid, dass es mich gibt. Und vielleicht, dass ihr von mir mehr sehen wollt. Ich danke euch für heute und wünsche euch eine gute Zeit bis zu der nächsten Folge. Tschüss!